Hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play X Rebirth 3.0 DLC Teladi Outpost. Wir sind hier unterwegs in den unendlichen Weiten des Teladi Raumes, haben beim letzten Mal so eine verlassene Station, eine aufgegebene Station gefunden und haben auch ein bisschen schon Kontakt gehabt, allerdings mit den Xenon, die kennen wir ja schon und wir haben sogar ein bisschen geilen Stuff gefunden und jetzt haben wir gedacht, wir erkunden nochmal hier den Sektor bzw. die Zonen, die hier da sind und also dieser Effekt, diese Gewitterwolken hier, das sieht schon echt stark aus. Und da hinten, sehe ich gerade, ist ein Symbol dazugekommen. Schauen wir uns das kurz auf der Karte an. Ui, da ist ein Highway. Da ist ein Superhighway, also diese Zonen, die es hier gibt. Schattiges Herz, Hintertür, 1, 4, 5, 6. Okay, 2, 3 fehlt. Das ist wahrscheinlich dann hier oben irgendwie oder so, kann ich mir vorstellen. Die sind hier nicht mit einem Highway verbunden. Hier gibt es aber diesen Superhighway. Highway, Highway, Highway to Hell quasi, wenn man hier durch die Gewitterwolken fliegt. Ja, dann würde ich sagen, dann folgen wir mal hier diesen Navigationsbojen. Offenbar zeigen die uns einen sicheren Weg hier durch diesen Nebel des Grauens. Ich weiß nicht, ich möchte hier ungern, ich meine, die Schiffe werden den Grund haben, warum die hier diesen Bojen folgen, warum die nicht einfach direkt durchfliegen. Ich schätze mal, wenn wir da durch diese Wolken fliegen, ich bin jetzt zu verrückt und probiere es mal aus, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht so gut. Was sind denn das für Teile hier? Oh, oh, okay, also Vermutung war richtig. Oh, ich glaube, unser Schild ist komplett weg. Schlecht. Ah, jetzt sind wir wieder draußen. Also man darf nicht reinfliegen. Habe ich verstanden. Hättet ihr ja mal irgendwie sagen können, aber ich glaube, habe ich somit verstanden. Wir dürfen da nicht reinfliegen. Sah toll aus vom Effekt her, aber brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal. So, was seid ihr? Wieder die Honigfresser, Wasserstoffsammler. Wie weit ist denn das eigentlich weg? 101 Kilometer. Ey, wollt ihr mich verarschen? Wieso gibt es hier keine Highways? Überall gibt es Highways, sogar in diesem Todessystem de Vries, wo nichts ist. Da ist der Hund verfroren. Da gibt es ja überhaupt nichts, aber die haben wenigstens Highways. Obwohl die Sprungtore ja ewig deaktiviert waren. Jetzt brilliere ich wieder mit meinem Halbwissen aus der Kampagne. Es gibt es doch gar nicht, dass die Teladi das nicht kennen. Also bitte, was ist denn hier los? Aber es sieht schon echt toll aus da drüben. Also dieser ganze Nebel und so. Naja. Es ist bloß schade, dass man nicht reinfliegen kann, ohne Schaden zu nehmen, ne? Weil, wenn wir erstmal reingeflogen sind, da waren die Schilde dann komplett unten. Dann ging nichts mehr und dann hat sie die Scheibe beschlagen, was das war. Schlangenschuppe. Schlangenschuppe, ah ja. Okay, Schlangenschuppe. Jetzt hat er den Sektor quasi erkannt. Und er hat jetzt auch hier diese leere Zone, diesen leeren Raum ausgeblendet. Also der verschwindet, muss ich mir das jetzt so vorstellen wie bei EVE Online, oder? Das sogenannte Grid. Also in EVE ist es so, dass das Universum, weil das sind ja auch zig, zig, zig Sternensysteme EVE Online, ne? Und, ähm, da, wenn du in so einem System bist, gibt es auch feste Punkte quasi, die du unworben kannst. Und dann gibt es den leeren Raum. Und wenn du mitten im leeren Raum zum Beispiel aus dem Warp fällst, und, ähm, da dann bist, dann wird um dich herum quasi, sofern noch keines vorhanden ist, ein sogenanntes Grid erzeugt. Und auf diesem Grid, ähm, können dann quasi Objekte sein. Entweder du hast irgendeine Scan-Site gefunden oder sowas, oder ein anderes Shift, das du mit Scan-Probes, also, das du quasi erspäht hast, mit deinen Drohnen ausgemacht hast. Und dann kannst du da hinworben und triffst ihn auf seinem Grid, wo er schon ist, und dann kannst du ihn wegknallen. Und wenn niemand da ist, wenn nichts mehr da ist, kein Objekt mehr auf so einem Grid ist, dann wird dieses Grid aufgelöst. Also ein einziges Objekt hält dieses Grid quasi am Leben, bis zum Server-Reboot, oder aber wenn eben das Objekt verschwindet. Und wenn das verschwunden ist, dann wird dieses Grid aufgelöst. Warum macht man das Ganze? Ja, das ist einfach Performance. Da muss der Server nicht so viel rechnen. Warum, macht ja auch keinen Sinn, warum sollte ein Server einen leeren Raum berechnen, der nicht benötigt wird, ne? Das ist ja völliger Schwachsinn. Und mit solchen Tuning-Maßnahmen und Performance-Geschichten schaffen die das, ist, dass das gesamte EVE-Universum quasi eine Welt ist. Das sind nicht irgendwie Instanzen oder sonst irgendwas, das ist alles ein Universum. Diese zigtausend Systeme ist ein Universum. Und diese zigtausend Spieler, die spielen alle auf einem Server. Das ist ja so ein bisschen das Faszinierende an EVE-Online. Aber gut, ist schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe, um ehrlich zu sein. Ja, ich glaube 15 Monate ist es her, dass ich es das letzte Mal gezockt habe. Gab es in der Zwischenzeit mit Sicherheit auch schon einige Änderungen. Bin ich nicht mehr ganz up-to-date. Aber ich habe selber fast zwei Jahre gespielt, war schon ganz lustig. Also lohnt sich auch. Ich will jetzt keine große Werbung für EVE-Online machen. Aber auch da gibt es die Möglichkeit von sogenannten kostenlosen Trial-Accounts, wo man mal für zwei Wochen, oder mit einem Buddy-Key war es damals, konnte man drei Wochen reinschauen, kostenlos spielen. Dann einfach mal reinschnuppern, ob das was für einen ist. Aber falls ihr euch dafür entscheidet, bitte daran denken, es ist ein absoluter Zeitfresser. Wenn ihr was erreichen wollt, dann müsst ihr viel, viel Zeit investieren. So, jetzt haben wir genug Werbung für andere Spiele gemacht. Jetzt sind wir wieder zurück hier bei EVE-Online. Wir haben den Sektor Sinneswandel erreicht. Und auch hier Schiffwracks, oder? Sieht doch schon wieder so verdächtig aus. So einem kleinen Schiffsfriedhof, ja. Ja, wobei, das sieht man eher an einer Station aus. Ja, wir wissen ja, dass es hier wohl ein paar aufgegebene Stationen von der Teladi-Union. Gab, gibt, gab, wie auch immer. Da hinten ist ein Highway. Sehe ich doch von hier. Okay, schauen wir kurz auf die Karte. Ah ja, also hier ist jetzt auch ein normaler Highway. Wenn wir nichts sagen, dann düsen wir dahin. Schauen wir uns das Kind an. Da sind auch ein paar andere Schiffe. Wieder diese Honigfresser. Also wer kommt denn auf diese Namen? Honigfresser. Sind die Teladi-Honigfresser? Ich weiß nicht. Also wir düsen jetzt in diese unbekannte Zone. Was ist das? Hier ist ein Schiffswrack. Ich habe aber keine Gegner. Ah, auf dem Radar, ja. Von wegen. Natürlich habe ich Gegner auf dem Radar hier. Die ist 40 Kilometer weg. Diese Jagdstaffel interessiert mich jetzt nicht. Mach's gut. Xenon. Bleib, wo du bist. Mir doch egal. So, sind wir gespannt, was uns erwartet. Das unentdeckte Land, ne? Aufbruch ins Unbekannte. Das erinnert jetzt gerade so ein bisschen an die Kampagnenzeit. Oh, das ist die Station. Na, nur, jetzt bin ich rausgeflogen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gedrückt und gar nichts. Also wird man hier offenbar automatisch rausgekickt. Ja, auch schön. Vielen Dank. Ja, was wollte ich sagen? Erinnert mich so ein bisschen an die Kampagnenzeit. X-Rebirth, ne? Erreiche Heiligtum. Heiligtum, na also. Die haben immer so bescheidene Namen, die Teladi. Respekt. Ja, wo wir nach die Fries gekommen sind, ne? Und auch nicht wussten, was erwartet uns da? Erstmal ein total totes System. Menschen leer, ne? Die einzigen, die dann da waren, waren die Jungs von der Blutach Mining Corporation, die hinter uns das Tor bekämpft haben. Das Sternentor, das plötzlich wieder reaktiviert wurde und keiner wusste, wieso. Ja, und da vorne ist schon wieder was rot. Was ist da? Vermutlich wieder ein Gsehner und Jagdstafel. Ja, klar. Logisch. So, was haben wir hier denn? Schmelze. Asteroid. Aha. Abbauschiff Geier. Schmelze. Ja, mein Gott. Schauen wir es uns an, ne? Was soll's? Hier gibt es bestimmt ein paar lustige Spots. Okay, machen wir mal hier den Stationsscan-Modus. So, mal sehen, was das hier für Module sind. So, das ist ein Forschungsmodul. Ah, ja. Blau. Blau heißt, glaube ich, Effizienz steigern, ne? Naja, ist auf jeden Fall interessant vom Aufbau her. Da sehe ich jetzt nichts. 22% haben wir erkundet. Haben wir uns noch gar nicht groß angestrengt, ne? So, okay. Hier haben wir einen Kaufspot. Die brauchen Wasserstoff. Ah, ja. Wasserstoff. So, das ist ein Lagerbereich. Grün müsste Lager sein. Das ist ein Produktionsmodul. Das wissen wir. Orange ist Produktion. Schauen wir uns das doch gleich mal an, was die produzieren. Teladianium. Ah, ja. Teladianium-Produkt. Kannten wir bislang noch nicht. Energiezellen, Nahrungsrationen, Wasserstoff, Nividium-Würfel, Erd, Silizium und Wasser. Och Gott, das ist ja relativ wenig, was die Herrschaften brauchen. Ja, schon mal. Die brauchen ja einiges. Hier ist ja kompletter Stillstand jetzt dann. Die brauchen Energiezellen. Die brauchen Nividium-Würfel, Erd, Silizium. Also jede Menge Dönse. Oh. 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 Syndikat-unabhängige Gewalt ist auch hier. Ist aber schön. Wer bist du denn? Du bist ein Xenon. Naja, hat ein paar Solarjäger am Start. Ich höre nämlich auch mit. Fracht sicher verstaut in Frachtraubsätze. Vielleicht sollte ich mal den... Vielleicht sollte ich mal das Hard verändern. Fällt mir gerade ein. So, wo ist denn jetzt? Wer schießt denn da auf uns, Mensch? Warst du das schon oder wie? War das eher okay? Das zweite Schiff ist zerstört. Immer diese unangemeldeten Gäste hier. Oder echt? Na, wartet Freunde, jetzt. Das ist Schluss mit lustig. Da. Wir haben gleich mal eine verpasst. War es das oder? Ist der jetzt kaputt? Das glaube ich ja gar nicht. Tatsächlich. Der hält ja gar nichts aus. Ich wollte mir doch gerade diese Station anschauen. Da echt. Leute, Leute. Also. Ähm. Details. Handelsangebote. Ja, die brauchen einiges. Silizium. Silizium von 2,3 Millionen. Die zahlen mal gar nicht schlecht. Plus 50%. Energiezellen zahlen sie nix. Das ist ja übel. Nividium zahlen sie richtig gut. Das verstehe ich nicht. Hier gibt es doch Nividium, oder? Da, schaut euch das an. 112 Millionen Einheiten Nividium. Erz gibt es auch genug. Silizium gibt es genug. Ey. Ihr braucht doch bloß ein paar Schiffe anheuern. Also das. Ähm. Naja. Feindliche Streitkräfte greifen uns an. Bitte helfen Sie uns, wenn Sie... Wie nett, sich mit Ihnen zu unterhalten, Sir. Äh. 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 Okay. Schlecht. Schiffstetails. Wir werden angegriffen. Das ist schlecht. Na toll. Super. Container 2 ist im Eimer. Verdammt. Verdammt der Axt. Der hat sich verabschiedet. Okay. Container 2 ist einem Angriff zu Opfern gefallen. Das ist schlecht. Weil der hatte, glaube ich, diese, ähm... Bio-optischen Fasern an Bord. Ach, ist das blöd. Ne, der hat die bio-optischen Fasern. Dann waren es die verstärkte Metallpanzerung, die er an Bord gehabt hat. Ui, okay. Da haben wir jetzt etwas Kohle versenkt. Das ist ja blöd. Sackl-Zement. Wir haben es mit hartnäckigen Gegnern zu tun und können Unterstützung gebrauchen. Verdammt. Hülle, ja. Super. Und ich bin hier, verstehst du? Ich bin ewig weit weg. Der hat nichts, gell? Der hat keine Waffensysteme und nix. Ne. Oh mein Gott. Nein, ich will das nicht. Oh ja, der kassiert. Äh, verdammt. Macht die Station irgendwas? Wär mal ganz nett. Hallo? Verteidigen. Ja, du bist super. Komm, du verteidigst den auch da. Modulbau abgeschlossen. Wir würden uns über weitere Bauaufträge freuen. Okay, das Modul ist fertig. Das ist schön, aber das ärgert mich jetzt trotzdem gerade, dass die unsere Schiffe auseinandernehmen. Naja, aber die würden sich schon zu verteidigen müssen, hoffe ich jetzt einfach mal, ne? Muss er halt abhauen. Wobei, der wird wahrscheinlich nicht abhauen von alleine. Schätze ich jetzt mal. Aber halt, da fällt mir ein, wir könnten ihm ja einen Kaufauftrag geben, ne? Dass er Energiezellen kauft. Ja, genau, da, schau. So, kauf mal Energiezellen, dann ist er nämlich weg, dann ist er aufgeräumt. Und der Gigurum-Container, was macht der? Komm, du kaufst auch irgendeinen Scheiß, Hauptsache du bist unterwegs. Baudrohnen, jawoll, Baudrohnen. Da, günstig, minus 50 Prozent. Kaufen wir mal hier, passt. Ja, jetzt geht die Essenseinladung wieder los. Nein, 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 nein. Hier wird nicht gegessen, verstehst? So, Rahanas-Container. Was hast du noch an Bord? Was wollen wir denn eigentlich gut los? Ha, stopp. Stopp, stopp, stopp. Gigurum-Container, weißt du was? Du kannst dann hier die Baudrohnen gleich mal wieder verkaufen. Dann gibt's dann nochmal Asche. Oh, jetzt wird auch der Gewinn berechnet. 850.000 Gewinn. Egosoft, bitte hier. Ja, nein. Dieses Gequatsche hier abstellen, du echt. Das ist ja, ne? Das ist ja C. Das ist mehr wie C. So, was machen wir mit dir? Jetzt pass auf. Wo verdienen wir denn gerade gut? Hussar-Drohne. Plus 19. Ach, hier bei Teladi. Plus 19, das ist ja heftig. Für 205 Millionen. Hussar-MK2. Oder geh ich denn mal einkaufen hier? Hussar-MK2. Gibt's nicht, oder? Doch, hier. Minus 15 ist gekauft. Kauf ich. Neun Millionen. Und dann verkaufst du den Scheiß gleich hier. Plus 19. Hey, der Sektor hier ist ja gar nicht schlecht, ne? Fast vier Millionen gewinnen. Klick. Danke. Tschüss. So, das Gelaber sparen wir uns. Kann man die Station jetzt eigentlich schon durchnehmen, oder nicht? Geil. Was haben wir hier? Missionen. Was haben die für... Sind neue Missionen dazugekommen? Ich habe meine Fahrt verpasst. Oh, offenbar Transportmissionen. 123.000 Transportauftrag. Seid ihr wahnsinnig? Das hat früher nicht so viel gegeben. Definitiv nicht. Also, da hat man früher nicht so viel verdient. Naja. 50% erkundet. So, was ist das für ein Symbol? Das ist auch neu. Das kenne ich auch noch nicht. Das zeige ich euch mal her. Sammlung von Informationen benötigt. Einfach. Naja. Sie haben noch immer Interesse daran? Die Auftragsdetails befinden sich jetzt in Ihren Systemen. Scanny 26% von Xenon-Stationen. Alter. Jetzt hör aber auf. Auch wenn einige Informationen frei erhältlich sind, so sind sie ja nicht immer einfach zu bekommen. Wir brauchen jemanden, der eine Station für die Aktualisierung unserer Datenbank analysiert. Eine Xenon-Station. Boah, Freunde. Das ist ja heftig. Das klingt verrückt. Das machen wir. So gut. Dann fangen Sie schon an. Alter Schwede. 115 Kilometer. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ha. Okay. Ich schau mal kurz, wie es unserem Energie-Rahanas geht. Oh, der hat schon ein bisschen was abgekriegt, ne? Na, wir wissen ja, die Hülle repariert sich nicht von selbst auf 100%, sondern die geht ja bloß bis 75%. Der Techniker kann ja nicht mehr. Und wir haben gar keinen Techniker, sehe ich gerade. Was ist da los? Wir haben keinen Techniker auf der Dahanas. Ist ja hässlich. Okay. Ähm, rufen wir halt den mal hier. Ja. Ja, ja. Ja, bin ich schon. Keine Angst. So, pass auf. Habe ich den jetzt sönd? Wo fliegt der jetzt hin? Wo fliegt der jetzt hin, der Techniker? Ich habe doch gesagt, der soll zu mir kommen, oder? Ich bin an Bord. Dieser Ort stinkt nach Menschenschweiß. Oh, das tut mir aber leid. So was. Arschloch. Scheiße. Das ist ja unglaublich, oder? Das ist ja unglaublich. Also, okay, jetzt Moment mal. Ähm. 7, 1 Mannschaftsquartiere. So, mit Escape habe ich übrigens auch den Hinweis bekommen. Kann man diese nervigen Zwischensequenzen überspringen? Danke dafür für den Tipp. Das wusste ich nicht. Das ist echt klasse. So, da ist eine Technikerin. Du bist ein Techniker. Du bist ein Marineoffizier. Ah, ich habe doch einen Piloten dabei. Okay, gut zu wissen. Also, pass auf. Du bist ein Vier-Sterne-Techniker. Und was bist du? Bei dir wissen wir es nicht. Ah, ja. Besitz Ren Otani. Wie das klingt? Wir besitzen diesen Teladi. Das klingt ja fast schon nach, ne? Also, ich weiß nicht. Schwierig. Aber gut. So. Arbeiten Sie an einem anderen Ort. Und zwar... Machen Sie es gut, Sir. Ach Gott. Ich habe gedacht, ich kann jetzt dich hier irgendwie... Ach, verdammt. Okay, geht nicht. Schade. Ich habe gehofft, ich kann jetzt sagen, flieg mal mit deinem Pod quasi bis nach Albion. Machen Sie es gut, Sir. Aber offenbar muss ich meinen Hintern da selber hinbewegen. Ja gut, kann ich nicht ändern. Ist halt dann so. Schade. Wäre ein netter Versuch gewesen. So, Escape. Jawohl. Das ist schön. Aber dann macht er offenbar auch kein Autospeichern, so wie es aussieht. Was haben wir hier? Nachbarschaftswache. 590.000. Boah, das... Also die haben die Belohnungen für die Missionen offenbar ziemlich gepusht. Nachbarschaftswache 650.000. Sabber, Leute. Das hätte ich von dir... Das hätte ich so früher machen sollen. Ne? Dann wäre das nicht so zäh gewesen am Anfang. Aber gut. So, wir haben ja schon eine verrückte Mission jetzt am Start. Wir sollen da eine Xenon-Station scannen. Also jetzt... Freunde, ihr habt echt Sorgen. Oh mein Gott. Ah, was habe ich mir da bloß angetan? Aber klingt auf jeden Fall spannend. Ja, Freunde, würde ich sagen, dann düse ich da mal in diese Richtung. Diese 110 Kilometer oder 111 Kilometer. Und dann melde ich mich beim nächsten Mal wieder, wenn wir kurz vor dieser Station sind. Und werden dann diese Station scannen, Klammer auf. Oder es zumindest versuchen und kläglich scheitern, Klammer zu. Wir werden sehen. Ich sage Danke an dieser Stelle. Bis dahin fürs Zuschauen bei Let's Play X Rebirth 3.0. Und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.